Ich bin Kerstin vom Verlag. Lass uns die Tage mal über deinen Vertrag sprechen und bring Ideen mit. Bis bald, Rian. Scheiße. Oh ja, ein finsterer Keller. Das klingt doch schon mal spannend. Eine junge Frau. Sie weiß nicht mehr genau, wie sie da hingekommen ist, aber hört ein Geräusch. Schaut nach und findet ihn. Gefangen, gefesselt, geknebelt. Und sie befreit ihn. Er atmet und sagt dann sowas wie... Ah, nee, zu kafkaesk. Bleiben wir beim Hauptthema. Ein Mann, eine Frau. Das lieben die Menschen. Er, nach wie vor jung und gut aussehend, sitzt im Auto auf dem Parkplatz und wartet. Sie verwechselt das Auto mit dem einer Freundin, setzt sich dazu und ist erschrocken. Sagt... Du bist ja gar nicht Jenny! Oh, Caps Lock. Sie sagt... Oh mein Gott, du bist ja gar nicht Jenny! Ach, nee, ich fühl's nicht. Das ist irgendwie nicht... Bisschen kitschig. Aber es müsste mehr... Hä? Oh. Ich fühl's, da kommt es. Da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ja, eine Geschichte für jung und alt, die die gesamte Menschheit begeistern wird. Ein Abenteuer, das einmal um die Welt geht und von Liebe, Intrige, Verrat und Hoffnung erzählt. Unglaublich wird sie sein und... Irgendwo. Unglaublich wird sie sein und das einmal um die Welt geht.